Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge OneFootball Q&A. Mein Name ist Christoph Kröger und ihr habt Fragen gestellt auf dem OneFootball Community Tab und ich muss sagen, ich glaube, ich sage es jedes Mal, aber diesmal meine ich es zu 100% ernst. Wirklich gute Fragen. Ich hatte echt Probleme, welche auszuwählen und hatte dann sehr viel Spaß, die Fragen zu beantworten. Vor es gab viele Fragen zu einem Thema. Zum Beispiel von SKool. Hallo, wie krass ist eigentlich Erling Haaland? Liebe Grüße. Oder 153JFW. Wie gut ist Erling Haaland bitte? Oder, um es vielleicht noch ein bisschen irgendwie konkreter zu machen, von Oatmeal Fitness. Servus, traut ihr Erling Haaland zu 40 Tore in der Premier League Saison zu schießen? Sehr schöne Frage. Die ersten beiden sind sogenannte geschlossene Fragen. Die kann man sehr schnell beantworten. Wie krass ist er? Sehr krass. Wie gut ist er? Sehr gut. Erling Haaland ist sehr gut. Aber die dritte Frage ist ja eigentlich das, worauf man jetzt so ein bisschen schielt. Also der Mann ist in einer überragenden Form. Acht Premier League Spiele, 14 Tore, drei Vorlagen, dazu noch zwei Champions League Spiele, drei Tore. Das ist wirklich absurd und ich muss gestehen, ich habe das so nicht kommen sehen. Wie gesagt, dass Erling Haaland sehr, sehr gut ist, ein sehr guter Mittelstürmer ist und wahrscheinlich auch viele Tore machen wird bei Manchester City, wahrscheinlich der besten Mannschaft der Welt. Das war uns allen klar. Ich habe aber einen deutlich langsameren Start erwartet, dass er sich erst mal erfinden muss, dass er sich akklimatisieren muss in England in der Premier League, dass Pep Guardiola und Manchester City erst mal ihn, ja, sich finden müssen und versuchen müssen, ihn irgendwie besser einzubinden. Ja, Pussekuchen. Das klappt schon sehr, sehr gut. Ich habe mir alle Tore in der Premier League, ich glaube sogar alle. Er war auf jeden Fall auch das Tor, was er für Norwegen gemacht hat, mit dabei. Also ich habe mir alle Tore von ihm diese Saison angeschaut und habe versucht, irgendein Muster zu finden. Aber das einzige Muster, was ich erkennen konnte, ist, er trifft, wie er will. Also mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß, jetzt mehrere Kopfballtore schon mit dabei. Im Strafraum, außerhalb des Strafraums, Elfmeter mit dabei gewesen. Also das einzig Auffallende ist, er nutzt einfach sehr viele seiner Chancen, auch die, die, ja, einen sehr geringen Expected Goals-Wert haben. Und jetzt habe ich mal überlegt, ja, wie kann ich die Frage mit der 40-Tore-Saison oder es gab auch Fragen zum Torrekord in der Premier League, kann er den knacken, ja oder nein? Und da könnte man natürlich irgendwie gefühlstechnisch antworten und sagen, ja, ich schätze mal, das kann er schaffen, wenn er fit bleibt. Ich habe versucht, das ein bisschen analytischer zu machen. Und wie steigt man dazu erst ein? Also erstmal kann man gucken, wie viele Tore macht er pro Spiel. Das sind 1,75. Würde bedeuten, wenn er alle 38 Spiele macht, kommt er am Ende, wenn er den Schnitt hält, bei 66,5 Toren raus. Erling Haaland ist auf einer Pace für 66 Premier League Tore. Und wenn man das Ganze noch, also seinen Schnitt auf pro 90 Minuten, auf pro 90 gespielte Minuten runterrechnet, sind es sogar noch mehr, dann sind es 1,91 Tore pro 90 Minuten. Aber das ist, ja, das ist nicht sehr analytisch. Lass uns lieber auf die Expected Goals-Werte gucken, denn die sagen die Zukunft etwas besser voraus, als einfach nur die Total Stats, ja, einfach nur die Tore, weil XG ist eher das, was man auf Dauer halten kann. Er steht jetzt bei 8,4 Expected Goals. Das wären, oder das ist wirklich absurd, 39,9 XG in der Premier League Saison. Also erwartbar mehr oder weniger sind knapp 40 Tore in dieser Saison. Selbst also, wenn er auf seine Expected Goals zurückfällt. Und ich habe gesagt, er hat 14 Tore, steht bei 8,4 Expected Goals, also übertrifft aktuell seinen XG-Wert. Selbst wenn er darauf zurückfallen würde, komplett, würde er immer noch fast 40 Tore machen. Das Ding ist, bei den richtig guten Stürmern, und Erling Haaland zählt offensichtlich dazu, bei den richtig guten Stürmern ist es so, dass die meistens ihre Expected Goals-Werte übertreffen und das konstant über einen längeren Zeitraum. Das sieht man bei Messi, bei Lewandowski und wie sie alle heißen, Christian Ronaldo. Die machen das wirklich Jahr für Jahr, dass sie ihre Expected Goals-Werte übertreffen. Woran liegt das? Expected Goals, das wird erhoben durch, ja, quasi den Durchschnitt aller Schüsse, Chancen, Spielsituationen. Ich glaube, das trifft es am besten. Und daraus wird dann halt ein Wert ermittelt. Aber der wird ja nicht anhand der besten Spieler ermittelt, sondern an halt aller Spieler. Dem, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und die besten Spieler sind natürlich besser, weil sie halt auch aus geringeren Chancen Tore machen. Weil sie auch Tore machen aus Situationen, wo andere halt eben keine machen. Oder wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass man welche macht. Und deswegen übertreffen die richtig guten Stürmern diesen Wert auf Dauer. Und bei Erling Haaland sieht man das auch schon, dass das bei ihm auch der Fall ist. Letzte Saison bei Dortmund 17,6 Expected Goals, 22 Tore. Davor 23,7 Expected Goals, 27 Tore. Und selbst in dem ersten halben Jahr beim BVB 8,1 Expected Goals, 13 Tore. Rechnet man jetzt den Anfang von der Premier League Saison mit dazu, ist es so, dass Erling Haaland im Schnitt fünf Tore mehr schießt, als man erwarten könnte. Und das würde bedeuten, wenn wir die noch mit reinrechnen, sagen, dass wenn Erling Haaland diese Form hält und vor allem fit bleibt, 45 Tore machen könnte. Theoretisch. Realistisch ist es so, dass er schon längere Zeit keine komplette Saison mehr durchgespielt hat. Das ist natürlich jetzt in dem Bereich, das können wir nicht vorhersagen. Wenn er 30 Spiele macht sogar, dann ist es gut möglich, dass er den Premier League Torrekord bricht. Der liegt bei 34 Toren. Den haben Alan Shearer und Andrew Cole aufgestellt. Ja, klar, die Vierfachbelastung kann dazu führen, dass er diese Form nicht hält. Allerdings ist er auch einer der wenigen Spieler, der wenigen Topspieler, die nicht bei der WM dabei sind. Er hat also eine geringere Belastung in dieser sehr eng getakteten Saison. Selbst wenn er einen Expected Goals-Wert von einem pro Spiel hat, dann wird er trotzdem richtig viele Tore schießen. Mein Gefühl sagt mir, ja, er wird ihn brechen. Ich bin aber eher so bei 35 Tore. Also 34, 35, das ist, da kann man jetzt sagen, er hat ja schon fast die Hälfte nach acht Spieltagen. Ich glaube aber, das ist realistischer für ihn. Also da wird bestimmt auch mal geschont, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie weit Manchester City in all den anderen Wettbewerben kommt. Ich sag mal so, Erling Haaland hat am Ende der Saison 35 Tore. Das kann ein sehr guter Clip im Nachhinein werden. Das kann aber auch ein sehr unangenehmer Clip werden im Nachhinein. Schauen wir mal. Lolo Lars schreibt oder fragt, hallo, was sind für euch die größten Enttäuschungen in den Top 5 Ligen, wie zum Beispiel Leverkusen in der Bundesliga oder Sevilla in La Liga, die ja beide fast oder sogar auf einem Abstiegsrang stehen, trotz der Champions League Qualifikation im Feuer. Viele Grüße aus Dresden. Also ich glaube, die zwei, mit die zwei größten Enttäuschungen hast du genannt. Leverkusen gab auch dazu noch mal viele Fragen. Wir werden in Sektion Radioverbot auch noch mal ausführlicher, vor allem über Gerardo Seuane und mögliche Nachfolger, falls er entlassen werden sollte, sprechen. Ja, Leverkusen, Platz 17, fünf Punkte. Die sind halt jetzt in so einem fiesen Teufelskreis. Also vor ein paar Wochen haben wir noch davon gesprochen, dass die einfach nicht effizient genug sind vorm Tor, dass die ihre Chancen nicht nutzen, dass die diesen offensiven Output eigentlich haben müssten, weil sie kreieren Chancen, sie kreieren Möglichkeiten, aber nutzen diese nicht. Und das führt halt dazu, dass du unterperformst. Und das war am Anfang so. Jetzt kann man das nicht mehr unbedingt so behaupten, weil jetzt kommt halt noch das Problem mit dazu, dass mangelndes Selbstvertrauen dazu kommt, dass die Spieler teilweise verunsichert sind. Die defensiven Fehler, vor allem auch die individuellen, sind nach wie vor gegeben. Wir haben es gesehen gegen die Bayern. Wir haben vieles gesehen gegen die Bayern, aber natürlich auch individuelle Fehler. Aber dass auch so dieser Mut fehlt, dass die, dass die, wie soll man sagen, das Selbstvertrauen fehlt, auch die Bayern irgendwie zu ärgern, aber nicht mal zu ärgern, einfach mal in Zweikampf zu gehen. Sehr verunsichert, sehr mutlos. Ich glaube schon, dass die sich noch verbessern werden. Ich bin jetzt sehr gespannt, natürlich. Das Champions-League-Spiel gilt natürlich auch so ein bisschen als Endspiel. Mal gucken, ob Seohane überhaupt nächste Woche noch auf der Bank sitzt. Grundsätzlich musst du mit dieser Mannschaft am Ende nach Europa kommen, auch nach so einem schlechten Start. Ich bin gerade so ein bisschen hin- und hergerissen. Es hängt sehr viel davon ab, ob Seohane bleibt und wenn nicht, wer dann der Nachfolger wird. Aber natürlich für mich persönlich, gerade gemessen daran, wo wir sie vor der Saison gesehen haben, vor allem ich, der sie als Vizemeister getippt hat, ist das die größte Enttäuschung bisher in der Saison. Sevilla auch. Auch Platz 17. Gut, die haben noch ein paar Plätze mehr in der Liga, aber auch nur fünf Punkte. Da habe ich zu wenig bisher gesehen, um da irgendwie eine genaue Analyse zu machen, woran es liegt. Aber es ist natürlich schon böse, wenn deine zwei wichtigsten oder besten Defensivkräfte weggekauft werden. Vor allem einer dann noch relativ spät im Transferfenster. Aber ja, auch die müssen sich steigern. Auch hier glaube ich, dass man sich noch ein bisschen steigern kann. Auch hier müssen wir natürlich auf den Trainer gucken, der sehr erfolgreich war. Aber irgendwann kommt dann halt dieser Teufelskreis an, wenn du dich die Resultate einfährst, die du einfahren solltest und dann fängt es an, im Kopf zu arbeiten. Aber ich finde, es gibt noch eine dritte sehr, sehr große Enttäuschung und zwar in der Premier League und das ist Leicester City. 19. Vier Punkte. Also im Nachhinein kann man sagen, ja so ein bisschen sehenden Auges in diesen schlechten Saisonstart gelaufen. Ja, alle haben irgendwie eingekauft, geschoppt, ihre Kader vermeintlich verbessert und Leicester City hat lange keinen einzigen Transfer getätigt und dann irgendwann einen, nachdem sie ihren wichtigsten Defensivspieler verloren haben. Torwart auch noch weg. Auch nicht zu unterschätzen, Kaspar Schmeichel. Bestimmt, da könnte ich mir vorstellen auch, dass der im Mannschaftsgefüge eine wichtige Rolle gespielt hat. Sehr, sehr lange im Verein gewesen. Und jetzt steht man da unten drin, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und da habe ich tatsächlich im Vergleich zu den anderen beiden Vereinen ein bisschen weniger Hoffnung. Zum einen liegt das daran, was ich bisher von Leicester gesehen habe, nicht vielversprechend. Und zum anderen ist halt diese Liga unglaublich, mit einer unglaublichen Qualität gerade im Mittelfeld auch ausgestattet. Das haben die anderen beiden Ligen nicht unbedingt. Da kann man sich, glaube ich, schneller nach oben vorarbeiten, wenn es dann mal wieder gut läuft. Aber ja, schauen wir mal. Lester für mich mit den anderen beiden die größte Enttäuschung. Man kann natürlich auch über Inter sprechen, die aktuell auf Platz 9 stehen. Juve natürlich auch irgendwo enttäuschend, aber es ist Platz 7. Ich glaube, das ist jetzt keine Vollkatastrophe, beziehungsweise wenn sie da bleiben, ist es eine Vollkatastrophe. Aber ich glaube, da ist man noch in einer relativ okayen Position. Aber Inter mit Platz 9, ich glaube, da hat man sich auch was ganz anderes vorgestellt. Und jetzt kommen hier ein paar Gegenüberstellungen. Gehen wir mal durch. Fangen wir an mit Union Berlin wird Herbstmeister oder Bayern fliegt in der zweiten Runde des DFB-Pokals raus? Ich glaube nicht, dass Union Herbstmeister wird. Ich glaube, das haben wir ja am Wochenende auch irgendwo schon gesehen. Die sind sehr hoch geflogen in den letzten Wochen und werden so langsam sich einpendeln. Das heißt nicht, dass sie abstürzen. Aber ja, dieser krasse Höhenflug wird so nicht weitergehen. Und ich glaube, das wird nicht bis zur Herbstmeisterschaft reichen. Und vor allem, wenn ich mich entscheiden soll, was ist realistischer. Bayern spielt, soweit ich weiß, gegen Augsburg in der zweiten Pokalrunde. Und das Spiel hatten wir ja gerade erst. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch sehr, sehr groß, dass die Bayern sich das nicht nochmal, dass die Bayern nicht nochmal so performen werden gegen Augsburg, sondern besser. Und dass Gikiewicz nicht so krass hält wie im Bundesligaspiel. Trotzdem halte ich es für realistischer, dass sie rausfliegen im Vergleich zu Union Berlin wird Herbstmeister. Aber da kann ich mir vorstellen, dass einige von euch das anders sehen. Die Eintragschaft ist in die Champions League oder Schalke steigt ab? Ich könnte mir vorstellen, dass beides am Ende nicht passiert. Aktuell ist für mich Schalke hier realistischer in der derzeitigen Verfassung. Wie lange halten sie an Frank Kramer fest? Das ist fußballerisch doch sehr wenig und vor allem weniger als du, glaube ich, zeigen könntest mit dem Kader. Wie zu erwarten Frank Kramers offensives Spielidee schwierig. Und ich glaube schon, dass die Eintracht da mitspielen kann. Aber für wahrscheinlicher halte ich es, dass das Schalke absteigt. Aktuell. Lücke in Klammern Füllkrug wird Torschützenkönig oder er fährt mit zur WM? Finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Beides finde ich grundsätzlich mal nicht unrealistisch. Vielleicht ist da beim Thema Fährt mit zur WM auch ja der eigene Wunsch im Vordergrund. Weil ich bin der Meinung, dass er, wenn du so jemanden mitnimmst, haben wir jetzt auch schon oft genug darüber gesprochen, dass er aktuell der beste deutsche Mittelstürmer ist, der dir halt auch diese Qualitäten wie Ball festmachen, Kopfballgefahr, Größe, Physis, gerade gegen tiefstehende Gegner, ist aber gut genug am Ball, um auch mitzuspielen im Ballbesitzfußball eingebunden zu sein. Dass er da aktuell die beste Wahl ist, vor allem im Vergleich zu anderen, die da höchstwahrscheinlich auf jeden Fall mitfahren, höchstwahrscheinlich auf jeden Fall, die höchstwahrscheinlich mitfahren werden und aktuell nicht in der besten Verfassung sind. Deswegen würde ich es gern sehen, dass er mitfährt. Ich halte es allerdings tatsächlich für wahrscheinlicher, dass er Torschützenkönig wird. Weil es ist sehr, sehr offen. Das ist auch das, was wir erwartet haben ohne Lewandowski und Haaland. Er ist aktuell in einer guten Form. Ich glaube schon, dass das ein bisschen zurückgehen wird. Es gab auch einige Fragen zu, ist Werder Bremen bereit für Europa? Langsam. Eine lange Saison. Und es ist immer noch ein Aufsteiger. Ein Aufsteiger, von dem ich gesagt habe, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, wonach es aktuell auch aussieht. Aber Europa ist dann, glaube ich, noch mal ein bisschen zu hoch gegriffen. Trotzdem glaube ich, dass er weiterhin, wenn er fit bleibt, und das ist ja auch ein Thema in seiner Karriere, wenn er fit bleibt, auf jeden Fall Chance, in der Torschützenkönig zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Flick halt andere Spielertypen bevorzugt. Aber mal schauen. Arsenal wird Meister oder City gewinnt die Champions League? Natürlich würde ich es gerne sehen, dass Arsenal Meister wird. Wir werden später, gleich in der nächsten Frage, über Arsenal ein bisschen ausführlicher sprechen. Das ist sehr vielversprechend, was sie machen. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie Meister werden, weil es Manchester City sein wird. Und deswegen ist das schon mal für mich mehr oder weniger ausgeschlossen. Und deswegen ist es realistischer, dass Manchester City die Champions League gewinnt. Vor allem, weil ich die schon vor der Saison als Champions League Sieger getippt habe. Da bleibe ich aktuell dabei. Da gibt es wenig Gründe, dass das nicht passieren sollte. Außer, es war schon immer so. Deswegen, City gewinnt die Champions League Grüße aus Mainz, von der richtigen Seite des Rheins. Ich halte mich daraus. Ich habe keine Ahnung. Das war Nico Heimer, den ihr gehört habt. Ich weiß nicht mal, was die richtige Seite des Rheins ist. Spricht man da von rechts oder links? Spricht man da von oben oder unten? Nord, Süd, Ost, West? Keine Ahnung. Ich finde beide toll. Beide Seiten sind einfach hervorragend. Nächste Frage. Kevin Kanhai. Kevin Kanhai schreibt. Lange Frage. Hallo. Wie seht ihr die Entwicklung des FC Arsenal? Und was sind aus eurer Sicht die Gründe dafür, dass in dieser Saison die Leistungen und Ergebnisse so gut sind? Weil gerade in den letzten paar Jahren haben sich viele über Arsenal lustig gemacht. Das stimmt. Anspruch und Wirklichkeit lagen meilenweit auseinander. Das stimmt auch. Liegt es vielleicht daran, dass man trotz zwischenzeitlicher Krise an der Täter festgehalten hat. In Klammern Stichwort Kontinuität und ist Gabriel Jesus das fehlende Puzzleteil, um mittelfristig wiederum Titel mitspielen zu können. Liebe Grüße aus Ich habe Padding gelesen. Ich glaube, die Stadt heißt Piting. Liebe Grüße aus oder Liebe Grüße nach Piting. Aber mehrere Faktoren spielen da aktuell rein. Ich bin sehr begeistert von dem, was Arsenal aktuell spielt. Sehr schön anzuschauender Fußball. Auch erfolgreicher Fußball. Das war ja bei Arsenal auch gerne mal so ein Gegensatz. Schön, ja, erfolgreich. Nein. Aktuell passt beides. Du hast die Kontinuität angesprochen. Ich glaube, Kontinuität ist kein Allheilmittel. Manchmal ist Kontinuität die falsche Entscheidung. Auch das haben wir schon häufig gesehen, dass das an Trainern zum Beispiel über eine Sommerpause festgehalten wurde. Domenico Tedesco ist ein schönes Beispiel gerade dafür. David Wagner ist ein anderes gutes Beispiel, dass Kontinuität nicht immer gut ist. In diesem Fall war es aber gut. Vor allem, weil wenn du dich für einen Rookie-Cheftrainer entscheidest, einer der vorher noch nie Cheftrainer war, dann musst du es in Kauf nehmen, dass es am Anfang noch Probleme gibt. Dass es die ein oder andere Krise gibt. Denn du kannst nicht davon ausgehen, dass du jemanden da in so eine Position schmeißt und das von Anfang an super funktioniert. Und deswegen glaube ich, war es in dem Fall richtig, weil du einfach auch daran glaubst, was er vorhatte. Und Stichwort Vorhaben. Der Kader wurde in den letzten Jahren komplett umgekrempelt bzw. sehr an die Vorlieben von Mikkel Ateta angepasst. In der Startelf gegen die Spurs jetzt am vergangenen Wochenende warnten sieben von elf Spieler in der Startelf, die unter Ateta verpflichtet wurden. Also seit Anfang 2020, Ende 2019 glaube ich, müsste das der Fall gewesen sein. Plus ein Saka aus der eigenen Jugend. Und es gibt da auch so ein, zwei Transfers, die nicht so offensichtlich waren, für die man viel Geld in die Hand genommen hat. Generell auch ein Ding. Man hat sehr, 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 sehr viel Geld in die Hand genommen, was bei Arsenal auch nicht immer der Fall war. Gerade wenn ich da an die Arsene-Wenger-Zeit denke, wo man dann doch etwas sparsamer unterwegs war. Also das ist auch ein Faktor. Man hat viel investiert, aber halt auch in Spieler, wo man gesagt hat, na, hat man hier ein bisschen viel ausgegeben, die am Ende aber sehr, sehr gut funktionieren, weil sie offensichtlich mit einem Plan geholt wurden, der sich an der Spielweise, an der Spiel-Idee von Ateta orientiert. Ödegard zum Beispiel. Klar, das sieht jetzt gut aus. Der sieht aus wie der perfekte Spieler in diesem System. Aber das war ja damals kein Transfer, wo du gesagt hast, na ja klar, Ödegard zu Arsenal, das macht total Sinn. Gut, das war erst eine Laie und das hat sehr gut funktioniert. Dann hat man ihn fest verpflichtet. Aber das war ja jetzt nicht so, dass Ödegard sich, klar, hat gut gespielt bei seinen Laistationen, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, Arsenal ist der logische Schritt. Oder für Arsenal ist das der logische Spieler. Also da hat man wirklich mit Köpfchen die Spieler geholt und nicht wild zusammengekauft, wie bei anderen Vereinen in dieser Liga. Und dann mit Blick auf diese Saison, warum es jetzt, also es hat sich ja schon angebahnt, man hat ja letzte Saison gegen Ende dann auch schon sehr gut gespielt, aber warum es diese Saison jetzt nochmal besser funktioniert, ist der, auch hier mehrere Gründe, aber ist unter anderem der von dir angesprochene Gabriel Jesus. Der gibt dieser Offensive etwas, was es vorher mit Lacazette und Aubameyang in der Form nicht gab und zwar Intensität. Einfach Intensität, das ist so ein schwammiger Begriff, aber gerade im Pressing enorm wichtig. Gerade mit dieser Spielweise, früh anlaufen, hochstehen, brauchst du elf Leute oder sagen wir andersrum, darfst du keinen haben, der sich da so ein bisschen rausnimmt und sich zu sehr schont. Gabriel Jesus passt da einfach perfekt rein und dann ist er gefährlicher im Abschluss, als es Lacazette und Aubameyang waren zuletzt bei Arsenal und auch besser als er es war, bzw. besser als das, was man von ihm erwartet hat, weil er war jetzt halt kein, das war jetzt kein Knipser bisher. Das ist ein unglaublich dribbelstarker, ein technisch starker Stürmer, der aber auch viel auf dem Flügel eingesetzt wurde und eben, ja, Effizienz war keine seiner Stärken und diese Saison sieht das bislang anders aus. Passt perfekt rein, hat sich direkt wohl gefühlt, wurde glaube ich auch direkt zum Vizekapitän gemacht, kurz nachdem er da war. Ja, Ateta kannte ihn schon von City, da wusste man, was man bekommt, aber das passt zu 100 Prozent rein. Sinschenko ist noch ein Transfer, der mega gut funktioniert, unglaublich wichtig, gerade im Ballbesitzspiel, ist ja einer, der auf der Flügelverteidigerposition spielt, aber dann in Ballbesitz auch ins zentrale Mittelfeld rückt, dass Martinelli ganz außen links bleibt und das Spiel breit macht und er rückt mit nach innen, ist sehr ins Ballbesitzspiel eingebunden. Und William Saliba, kein Neuzugang, aber nach einer Laie zurückgekehrt, hat letzte Saison in Frankreich schon sehr gut gespielt. Auch der passt perfekt in dieses System mit dem Hochstehen, mit diesem, wie nennen die Engländer das noch, fluid? Nee. Waterball, auf jeden Fall, du hast ein sehr fluides System, sehr viele Positionswechsel, sehr viel Rotation, viel Ballbesitz, der Ball läuft und da passt er perfekt rein, weil er einfach ein Innenverteidiger ist, der mitspielen kann, der sehr gut am Ball ist und auch dynamisch ist, schnell ist, deswegen kannst du auch so hoch stehen, wie es Arsenal teilweise macht, aber sie sind auch sehr anpassungsfähig. In manchen Spielen stehen sie dann nicht so hoch, lassen sich mehr zurückfallen. Das klappt alles sehr, sehr gut und wenn du auch auf die anderen Transfers guckst, wie ein White zum Beispiel, der jetzt sogar Rechtsverteidiger spielt, Außenverteidiger und dann gegen die Spurs plötzlich mit in die Offensive eingebunden wird und das, ja, dem Spiel, das Spiel nicht entscheidet, aber ein großer Faktor ist am Ausgang dieses Spiels. Da klappt einfach sehr, sehr viel sehr, sehr gut. Ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie Meister werden, dafür ist die Konkurrenz zu krass, aber ein Top-4-Finish sollte auf jeden Fall drin sein. So, ich muss mal wieder ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Jasemat05 fragt, stell dir vor, du trainierst ein Fußballteam auf Top-Niveau. Was wäre dein Spielstil? Konter, Pressing etc.? Welche Formation würdest du spielen lassen? Welche Spielertypen hättest du gerne auf den verschiedenen Positionen? Mag ich immer sehr gerne, sich so was vorzustellen. Ist natürlich jetzt sehr im Vakuum betrachtet. Ich glaube, das muss man immer davon abhängig machen, was hast du überhaupt für einen Spielerpool zur Verfügung? Wo sind die Stärken und die Schwächen des Kaders? Und so würde ich das dann auch, also vor allem die Formation würde ich danach ausrichten, weil es bringt dir nichts, eine Formation im Kopf zu haben, aber dann hast du zum Beispiel, du hast drei richtig gute Mittelstürmer und du spielst aber nur mit einem. Da wird man über zwei nachdenken oder du hast fünf richtig gute Innenverteidiger. Warum spielst du dann mit einer Viererkette? Solche Geschichten. Wenn man Simulationen spielt, wie FM zum Beispiel, dann wird man ja auch häufig vor diese Entscheidung gestellt, zu Beginn, wenn man ein Save neu anfängt, wo sind die Stärken meines Kaders? Was brauche ich? Beispiel mein aktueller Save Adana Demispore. Da war es halt so, dass man quasi keine guten Flügelspieler hatte, Flügelstürmer allen voran, aber dafür irgendwie vier, fünf richtig gute zentrale Mittelfeldspieler. Und dann musste ich ein System finden, um diese Spieler auch alle mit dabei zu haben, alle zu integrieren. Und am Ende ist ein, was war das dann, ein 4-3-1-2 rausgekommen, weil ich auch vor allem gute Mittelstimme hatte. Ich glaube, danach würde ich die Formation, davon würde ich die Formation abhängig machen und vom Spielstil grundsätzlich bin ich ein großer Fan der hohen Intensität im Fußball, nicht Ballbesitz des Ballbesitzes, deswegen. Also hohe Intensität, hohes Tempo, vor allem Fokus auf die Umschaltmomente. Und da denkt man natürlich zuallererst an die Umschaltmomente nach Ballbesitzeroberung. Es gibt ja aber auch noch die Umschaltmomente, wenn man den Ball verloren hat. Es gibt ja diese vier Phasen, Ballbesitz, Ball verloren, Ball nicht haben und Ball wieder gewinnen. Und vor allem diese Transition-Momente. Was passiert direkt nach Ballverlust, was passiert direkt nach Balleroberung? Das sind so die, wo ich meinen Fokus drauf setzen würde. Weil ich glaube, heutzutage, gerade, du sprichst ja von einem Top-Team oder von einem Fußballteam auf Top-Niveau, die Mannschaften in den Top-Ligen sind alle aktuell so, oder die sind mittlerweile defensiv so stark, so gut geschult, dass die alle theoretisch defensiv gut stehen könnten. Wenn die alle geordnet sind, in ihrer Struktur spielen, ist es unglaublich schwierig, die zu knacken. Und deswegen glaube ich, dass diese Umschaltmomente das Wichtigste sind. Wo Unordnung herrscht, wo der Gegner noch nicht sortiert ist. Sowohl in dem einen Moment als auch in dem anderen Moment. Das bedeutet, nach Balleroberung diese Unordnung ausnutzen. Schnell nach vorne spielen, so schnell wie möglich zum Torabschluss kommen. Nicht in jedem Fall. Es gibt Momente, wo man auch geduldig sein muss, aber die grundsätzliche Herangehensweise. Und gleichzeitig nach Ballverlust brutales Gegenpressing. Brutal draufgehen, versuchen den Ball so schnell wie möglich zurückzuerwohren. Aber anders als das viele Ballbesitz-Trainer propagieren, dann auch zurückfallen lassen. Also viele Trainer sagen, ja okay, draufbleiben, hochstehen, die ganze Zeit versuchen, den Gegner in der gegnerischen Hälfte zu halten. Und da würde ich glaube ich ein bisschen von abweichen. Ich würde direkt versuchen, den Ball wieder zu gewinnen. Wenn das nicht sofort klappt, dann würde ich mich auch wieder zurückfallen lassen. Weil dann hast du, wenn du umschaltest, auch Platz zum Beispiel für schnelle Spieler, längere Bälle, die zu schicken. Wenn du das Spiel immer in die Hälfte des Gegners versuchst zu pressen, hast du auch nicht so viele Räume. Vor allem hinter der Kette des Gegners dann. Und ich glaube, die Räume brauchst du schon in manchen Momenten. Und die bekommst du dann nicht immer. Da gibt es viele Beispiele, fällt mir gerade ein gutes ein. Es gab Phasen bei den Bayern, wo sich das ganze Spiel in der gegnerischen Hälfte abgespielt hat, aber man kaum Chancen generieren konnte, weil der Gegner so gut gestaffelt, so gut organisiert stand. Wenn man sich da ein bisschen zurückfallen lässt und dann den Ball erobert, hat man die Räume. Deswegen natürlich im Fokus, wenn du mich nach Spielertypen fragst, schnelle Spieler, vor allem auf den Flügeln offensiv starke 1 gegen 1 Spieler, die eben so ein entscheidendes 1 gegen 1 gewinnen können und so weiter. Dynamische Spieler, aber natürlich auch technisch starke Spieler, vor allem dann im Mittelfeld, die halt für die Umschaltmomente sorgen können. Ich gucke auf die Uhr. Natürlich nicht ansatzweise. So viele Fragen geschafft, wie ich vorhatte. Machen wir die letzte. Weil die ist eine richtige Kackfrage. Ihr werdet gleich merken, warum. Jhunter3000 fragt nämlich, oder schreibt Servus, angenommen es existieren drei Paralleluniversen. Das alleine ist schon mal ein bisschen wild. In einem wird Michael Fronzek Bayern-Coach für eine Saison. Im anderen Florian Kohfeldt und im dritten Typhoon Korkut. Alle drei Trainer dürfen über die ganze Saison nicht entlassen werden. Wer glaubst du schneidet am besten in Bundesliga, Pokal und Champions League ab? Beziehungsweise gibt es in einem der drei Universen überhaupt einen Titel für den FC Bayern? Schöne Grüße aus Rosenheim. Super Frage. Sehr schöne Idee. Unmöglich zu beantworten. Weil diese drei Trainer sind schon nicht so gut. Also vor allem zwei haben selten gut performt als Trainer. Wie gehen wir das an? Also grundsätzlich, glaube ich, könnte man sich da einen Spaß draus machen, dass einfach mal eben zum Beispiel FM durchspielen. Kohfeldt zu den Bayern, Korkut zu den Bayern und Fronzek zu den Bayern. Mal gucken, wer am Ende am besten performt mit dem Kader. Das sind schon drei nicht so gute Coaches. Also den besten Punkteschnitt in der Bundesliga von den dreien hat, glaube ich, tatsächlich Typhoon Korkut. Obwohl mit der Hertha-Zeit noch mal dazu. Aber der Schnitt bei Stuttgart war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Kleine Sample-Size, wenig Spieler, aber trotzdem. Würde ich auf keinen Fall nehmen, weil für mich ein Coach ohne große Ausstrahlung, keine Autorität, taktisch jetzt auch eher mangelhaft. Kohfeldt hat schon mal bewiesen, dass er aus einer sehr guten Mannschaft eine nicht so gute Mannschaft machen kann. Deswegen auch hier eher nein. Und dann sind wir bei Michael Fronzek. Ich glaube tatsächlich, Fronzek ist der beste Trainer von allen Dingen. Auch wenn der in der Bundesliga, ist, glaube ich, der mit dem schlechtesten Punkteschnitt aller Zeiten, oder? Man muss aber dazu sagen, das waren bei Mannschaften, wo du auch nicht glänzen konntest. Und ich glaube, wenn der A, ein richtig gutes Trainerteam und Analystenteam, die ihm einfach sagen, was musst du taktisch machen, was musst du umstellen, wen musst du ausstellen und wie musst du ausstellen, keine Ahnung. Wenn du dem das an die Hand gibst und der, sagen wir mal, nur für die Einstellung des Teams, die Motivation, das Training zu, ja, verantwortlich ist, dann glaube ich, werden die mit Fronzek am besten abschneiden. Ach, wilde Idee. Und gewinnen die irgendwelche Titel? Ich glaube, mit Fronzek auf jeden Fall. Mit den anderen bei, bestimmt, aber der Kader ist so gut. Aber mit Fronzek ist es für mich am wahrscheinlichsten. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Q&A. Wir sehen uns am Donnerstag in der neuen Folge Sektion Radio Verbot mit Nico und mir. Macht's gut. Tschüss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.